Es gibt Situationen als Home Recorder, da möchte man einfach so einen ganzen Rechner aus dem Fenster schmeißen oder sonstiges. Man regt sich einfach auf, man hat schon stundenlang in seinen Mix investiert und wenn man sich das Ding dann nachher im Auto anhört, dann denkt man sich... Ich denke, jeder Home Recorder war schon mal in der Situation, wo man nächtelang vorm PC gesessen hat, ja wirklich viele Stunden in seinen Mix schon investiert hat und wenn man das Ganze dann nachher mit seinem Rough Mix vergleicht oder man geht einfach nochmal ein paar Schritte zurück oder mit dem Demo, dann kann es sein, dass einem auffällt, dass man sich total verrannt hat in Details oder man sich so ein bisschen in so einer Sackgasse gearbeitet hat und der Rough Mix einfach irgendwie besser klingt wie das, was man jetzt da nächtelang geschraubt hat. Was macht man denn jetzt da, wenn man sich jetzt wirklich stundenlang mit einer Kickdrum beschäftigt hat und Frequenzen rausgezogen und sich einfach total verrannt hat in Details und man dann nachher feststellt, dass im Gesamtkontext einfach einen negativen Einfluss hat, so dass man nachher, wenn man mit dem Rough Mix vergleicht, dass der aktuelle Mix da im Sound klanglich oder qualitätmäßig einfach verliert. Im besten Fall hast du als organisierter Home Recorder deine Prozesse, die du durchläufst, in unterschiedliche Projekte eingeteilt. Du hast vielleicht eine Speicherversion, wo du weißt, okay, bis zu dem Punkt war ich da und da, vielleicht kann ich einfach das Projekt nochmal öffnen und mach dann da weiter. Das wäre natürlich der Optimalfall. Schlecht ist, wenn du nur ein Projekt hast. Das heißt, du hast keine unterschiedlichen Projektdateien gespeichert, sondern drückst einfach immer nur STRG speichern und hast nur ein Projekt. Dann wird es relativ schwierig, wieder irgendwo anzusetzen, wo du weißt, bis dahin war es okay und kannst dann da weiterarbeiten. Das ist dann eher suboptimal. Da bleibt dir nur eine Lösung und zwar, du musst komplett von vorne anfangen. Und das ist aber absolut nichts Verwerfliches. Das muss man sich dann einfach eingestehen, dass man da Kacke gebaut hat und muss dann einfach von vorne wieder anfangen. Wie geht man da aber jetzt am besten vor, so, dass du auch einen gewissen Lernprozess hast und auch selbst entscheiden kannst, ist das jetzt gut, was ich da mache mit meinem Mix oder hat das eher wie irgendwie so einen negativen Einfluss auf meinen Sound. Das ist relativ simpel. Und zwar empfehle ich dir, wenn du deinen Rough Mix gemacht hast. Das heißt, du hast dich wirklich nur auf die Lautstärke oder vielleicht noch ein bisschen Panning und noch ein bisschen Panning fokussiert. Also das ist ein Rough Mix, so dass die Lautstärkenverhältnisse unter den Instrumenten und dem Gesang einigermaßen harmonisch sind, dass du dir den einfach nochmal exportierst. Beziehungsweise du machst daraus ein Bounce in Logic, ein Audio Mix Sound oder einfach ein Stereo File und den wiederum importierst du in deine Projektsession, mit der du dann weiterarbeitest. Der große Vorteil ist hier, dass du immer zwischen dem Rough Mix und dem aktuellen Mix, wo du gerade dran arbeitest, hin und her switchen kannst und kannst so selbst entscheiden, hat das einen Mehrwert jetzt für meinen Mix im gesamten Kontext oder war das jetzt eher eine schlechtere Idee oder du hast dich wieder zu viel in Details verliert, hast an der Kickdrum geschraubt, hast Frequenzen rausgezogen, dann klingt die im Solo-Modus, klingt die richtig sauber und tight, aber im Gesamtkontext für den ganzen Song war es dann eher negativ behaftet, weil jetzt Frequenzen fehlen, die sich dann im Gesamtkontext mit den Instrumenten eigentlich sehr gut durchgesetzt haben. Und so läufst du auch nicht Gefahr, dass du dich wieder in irgendwelche Details verlierst oder in irgendeiner Sackgasse landest, sondern hast immer eine eigene Kontrollinstanz und kannst nochmal zurück, vor und zurück switchen, guckst, was hast du bisher gemacht und wie hat das sich auf den Sound deines Songs beeinflusst. Wenn du jetzt denkst, ah, jetzt habe ich schon so viele Stunden investiert und hast so ein bisschen Angst, dass du nicht wieder da hinkommst, wo du warst, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, du hast ja einen gewissen Sound im Kopf, wo du hin möchtest, oder eine Sound-Idee, die ist ja im Kopf, die ist ja nicht dann auf einmal weg. So, und du wirst immer wieder Wege finden, um da hinzukommen. Ich kann dir auch garantieren, dass wenn du wieder neu anfängst, du immer wieder Situationen haben wirst, wo du dich an eine Situation erinnerst, wie du was gemacht hast, wie du den Kompressor eingestellt hast und kannst aber jetzt halt auch wieder gegen kontrollieren, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder eine schlechte Entscheidung und so kann man sich sehr, sehr gut weiterbilden und kann auch für die Zukunft dann sehen, Erkenntnisse oder Schlüsse daraus ziehen, ob das jetzt gut ist, was du da machst oder ob das eher negativ ist. Wenn du jetzt nicht so der organisierte Home Recorder bist und hast noch keine Projekt- oder Ordnerstrukturen oder Sonstiges und brauchst einfach mal wirklich eine Anleitung, wie man professionell von vorne so ein Projekt bis hinten abarbeitet, so dass du wirklich ein marktfertiges Produkt hinten in den Händen hältst, Mixing, Mastering, so dass man das auch auf den Musikplattformen dieser Welt veröffentlichen kann, dann geh doch einfach mal auf Home Recording 1x1 und bewerbe dich auf eine Mixanalyse mit mir. Da schauen wir dann gemeinsam in deine Session rein. Da gibt es eine kleine Videokonferenz und wir machen dann eine Bildschirmübertragung und gucken dann in deine Session oder in dein Projekt, Cubase, Logic, Studio One, Reaper, was es alles gibt, ist völlig egal. Gucken wir rein, wir analysieren deinen Workflow, was du bisher gemacht hast, mit welchen Plugins du arbeitest, ob das gut war, ob das nicht so gut war und erarbeiten dann gemeinsam einen individuellen Plan von Anfang bis Ende, damit du auch zu diesem Sound kommst, den du dir natürlich vorstellst. Jeder hat ja immer eine gewisse Soundidee im Kopf oder vielleicht einen Lieblingskünstler, an dem man sich orientiert und wir schauen dann gemeinsam, wie du mit deinem Material, mit deinem Audiomaterial, das, was du produziert hast, genau dahin kommst. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt, wenn dir das Video gefallen hat. Abonnieren wäre natürlich auch richtig nice und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder vielleicht sogar in der Mixer-Analyse. Bis dahin, schöne Grüße aus dem Westerwald, dein Christian, tschüssi.